Ein kleines Kind schwingt einen Schläger an einen Ball. Ein kleines Mädchen lächelnd in die Kamera. Eine Frau, die einen bunten Regenschirm hält. Vermutlich eine Frau im Auto. Eine Frau, die neben einem Laptop sitzt. Wahrscheinlich eine Frau, die ein Buch hält. Eine Frau, die vor einem Geschäft steht. Eine Frau, die vor dem Wasser steht. Ein Mann und eine Frau posieren für ein Bild. Vermutlich eine Frau, die ein Handy hält. Eine Person, die mit Essen an einem Tisch sitzt. Eine Frau, die für die Kamera lächelt. Vermutlich ein Kind, das in die Kamera schaut. Eine Nahaufnahme einer Frau, die einen Hut trägt. Eine Nahaufnahme einer Person, die eine Blume hält. Kannst nicht mit einer Frau, die eine Frau syne f身nen. Vielen Dank.